Hallo und herzlich willkommen zu einem endlichen fünften Teil von Minecraft Noob. Wie ihr seht, haben wir hier schon ziemlich vorwärts gemacht. Ich bin schon seit ich weiss nicht wann nicht mehr in dieser Map drin gewesen. Und deswegen müssen wir uns zum ersten Mal einen Überblick schaffen. Liebe Leute, es kann sein, dass die RS nicht ganz daraus kommen, weil mein Speicherstand ein bisschen anders ist als im vierten Teil. Das liegt daran, dass ich einmal aufgenommen habe. Und dann wegen technischen Problemen, ich glaube irgendetwas mit dem Mikrofon, dass ich viel zu leise war. Ja, es hat nicht geklappt. Man hat mich kaum gehört, deswegen konnte ich die Aufnahmen nicht benutzen. Es ist nichts von dem online gekommen. Jetzt ist das Spiel schon ein bisschen weiter, aber soviel ich weiss, bin ich das letzte Mal nur ein bisschen mega meine. Und zwei, drei Sachen sammeln. Also nichts weiss, wie wichtiges habe ich dort gemacht. Ich glaube auch noch Holz und so. Und ja, viel Spass noch beim Video. Also wir haben, so zu sagen, ziemlich viele Sachen. Wir haben drei goldene Äpfel und sechs normale Äpfel. Goldbar, wir haben richtig viel. Rohes Hammelfleisch, rohes Schweinekotelette, rohes Rindfleisch. Ja, eben mal schauen, was haben wir da alles. Wir haben wirklich extrem viele. Hier sind wir natürlich immer noch bei diesem Village. Irgendwie ist da gerade keine Sau rum. Wieso nicht? Das wäre jetzt auch eine gute Frage. Sonst sind hier immer zwei, drei Villager rumgelaufen. Und umgebracht haben wir doch die auch nicht. Kurios, kurios, kurios. Ja, dann gehen wir jetzt mal schlafen. Und schauen, was der morgige Tag so bringt. So, das ist der nächste Morgen schon angekommen. So, dort vorne haben wir einen Händler, schnell schauen, was er hat. Nein. Nein, du danke, aber ich brauche nichts. Gehen wir mal zu uns rein. Wir haben ja ein bisschen Fleisch. Ob da. 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 Gebratenes Fleisch, den Rest, den wir da auch noch haben. Auch noch drin. Ein bisschen Samen, da können wir vielleicht jetzt eine Farm machen. So, jetzt, was haben wir da noch? Ding Bong, der Eiermann ist da. Hallo? Hä? Hallo. 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 Guten Tag. Was wollen Sie? Du ähm. Also, ich bin hier jetzt gerade vorhin eingezogen. Das, sehen Sie es aus dort hinten? Da bin ich gerade vorhin eingezogen. Aber haben Sie das alles ausgekauft? Weil ich dachte, da laufen würde keine Ritsch mehr rum. Ja, ich habe es nicht ausgekauft. Alle sind in den Ferien, haben wir sie geschickt. Ja schon? Ja schon? Ja, ja, ja. Haben die hier gearbeitet? oder was? Ja, die haben auch Handelbetriebe. Ja, die haben einen Drogenhandel, legalen Handelbetriebe. Ja, ja. Ja, also freut sie mich. Ja, das wollte ich mir vorstellen. Guten Tag, ich bin Peter Meierhofer. Freut mich, Peter Meierhofer. Ja, Hofer ist der Vorname, Peter der Nachname. Wie heissen Sie? Ich bin der Sedi, jetzt im Nachnamenmeter. Wenn Sie reinkommen, ich kann Ihnen einen Kaffee abschieben. Hey, Kaffee nehmen wir doch immer gerne. Ja, warte, ich, 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 ich könnte einen machen. Oh, Sie haben nur zwei Betten? Ich habe drei Betten sogar nebeneinander. Da soll ich Ihnen einen Kaffee machen. Ey, wenn Sie das, sage ich nicht nein, ganz ehrlich. Ich weiss zwar nicht, wenn man da überhaupt irgendetwas macht, also ich glaube, Sie müssen Kaffeebohnen rein tun und Flaschen nehmen Sie sie rein tun. Okay, ja. Wenn Sie überhaupt Flaschen haben, oder ich glaube mal, in Ihrem Schäfchen, ob Sie Flaschen haben. Nein, Sie haben keine Flaschen, wie man Kaffee aus Flaschen bringt. Jetzt noch eine Frage, wenn Sie noch irgendwelche Rüstungen, ich könnte meine Rüstung halbieren. Ja, das müssen Sie sagen, ich wollte mir eigentlich noch etwas vorstellen, dass ich da einzogen bin und die Fernwohnung ist. Ja, schon länger. Ich bin jetzt schon lange weg gewesen, lange, lange, lange. Haben Sie in den Ferien auch gesehen? Ja, ja, sehr lange. Ja, in den Ferien, im Fernbo-Simulator bin ich in den Ferien gesehen. Ah, auch? Ja, ja. Da bin ich auch oft gegangen. Du, Clip. Lassen Sie einen Like hier. Ja, ey, das ist... Ich liebe Fernbo-Simulator. Das ist unfassbar. Ja, dann geht man gerne in die Ferien. Das ist der Ferienort Nummer eins. Peter, Herr Meier, wollen wir hier ein bisschen produktiv sein? Rüeble. Genau so meinten. Rüeble. Rüeble. Ich habe hier eine Karotte. Rüeble. Rüeble. Hoi. Wollen wir die hier setzen? Rüeble. Rüeble. Haben Sie auch gerne Rüeble? Rüeble. Danke für die Kuntur. Ah, ja, ja. Ja, doch Rüeble. Habe ich gerne. Fangen wir auch einfach so, wenn man ein bisschen Hunger hat. Nein, einfach so Rüeble. Ja, ja. Okay, es kommt kein Village. Ah. Ja, wissen Sie denen, wo die ganzen Villages sind? Ja, die sind eben nach Fernboos in die Ferien gegangen. Ach so? Ja. Ein Fernbo-Simulator? Die sind in die Ferien gegangen? Die wären von so einem Sedimeter, wenn die ganze Zeit rumschaffiert und ich kotze alles voll. Aber ich weiss nicht, wieso. Ja, vielleicht sehen wir ja nächste Woche dann, wie die in die Ferien gefahren werden von so einem komischen Typen. Kennen Sie den? Ja, anscheinend schon, ja. Ja, ja. Komische Menschen gibt es. Ja, es gibt ganz komische Menschen, ja. Ich weiss. Schlimme, Mensch. Schlimme, Mensch. Mensch ist es sehr schlimm, ja. Und dann nimmt er gerade die ganze Zeit so einen Way-Out auf, wo es gar keine Klicks gibt. Aber... Soll ich das heissen? Äh, also... Sie nehmen doch dann auch mit auf, oder nicht? Ist das jemand anderes? Das müsste jemand anderes sein. Okay, okay, okay. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja. Herr, Herr. Herr Mayer, wollen wir jetzt da etwas Produktives machen? Peter. Peter Mayer. Hoch für Vorname und Peter zum Nachname. Und der zweite Name ist Mayer. Der zweite Name ist... Erle Mayerkolbe. Ja, ja, voll, ja. Ja, 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 ja. Haben Sie den Chemie gut aufgepasst? Ja. Ah, ja, okay. Sie streben. Ja, also, jetzt machen wir da etwas Produktives, he? Ja. Das ist ja unfassbar. Ich könnte Ihnen noch Holz... äh, ein Schwert. Holzschwert. Ja, ja, ja. Ein Holzfett. Oh, sind wir da im Stockkampf, oder was? Ich habe noch sehr viel Fleisch. Tschüss. Oh, Bett. Wissen Sie, mein Hobby ist auch Bett sammeln. Ach so. Das ist cool, ja. Ich habe jetzt nämlich sechs Betten bei mir zu Hause. Das brauche ich. Sehr wichtig. Ich mache mal Brot von dem. Nehmen wir sehr viel Brot. Da aussen nehme ich jetzt noch mehr Heuballen. Hoi, Ballen. Hoi, Ballen. Hoi. 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 Ballen. Hoi. 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 Dort sieht es doch Verdächtig. Das Häuschen sieht so Verdächtig nach Materialkameren aus. Findest du nicht auch? Ja, also, um zum Du wechseln bin ich auch dabei, ja. Äh, ja. Das finde ich auch, ja. So, also, in dieser Truhe hier hat es Brot. Und jetzt, weisst du was? Jetzt mache ich dann noch mehr Truhen. Ich habe da fliegende Sand gerade gefunden, Hei. Fliegende Sand. Aber dann mache ich jetzt, dass er nicht mehr fliegt. Tschüss, fliegende Sand. Ich bin jetzt gerade bei Obsidian angekommen und da hat es Lava. Aber, aber Peter. Wie aufs Meter? Wer juckt? Ehe, ich bin jetzt noch mal ein bisschen Wo ist der Bus? Welcher Bus? Der Leute, wo sind wir denn? Du, die, also wo sind wir? Ehe. 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 Nur fast, sorry, gell. Ja, aber ich weiss, dass es noch fast lustig war. So, ich mache da noch mal eine Kiste, wo wir irgendwie so Steine und so rein tun. Ich weiss doch, kein Glas. Aha. Aha. Ich habe dann aber glatten Steine gemacht, Mannes. Ja, komm. Heckt mich wieder alles auf, da. Und es scheint nicht so eine grosse IQ haben. Ich habe ihn schlimm gefunden. Hallo. Hallo. Und du jetzt Monster. Yay. La 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 la. Läuft es dir das auch noch? Ja, 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 ja. Wo ist der? Und dahinter ist ein zweites Dorf. Wieso hat es so zwei Dörfen miteinander? Wo ist das zweites Dorf? Eine Wüste. Hä? Dort ganz hinten? Ja. Das habe ich noch nie gesehen. Also, ich weiss, dass da vorne ist ja das Portal, wie dort vorne war. Ganz vorne ist das Portal, dort bin ich schon gesehen, aber so. Und wo ist der Ende? Du, Cedric, ich habe mal eine wichtige Frage. Ja. So ein Bekannte hat mal gefragt, also einen Bekannten, den ich nicht kenne, ob sie den mal grüessen könnten. Erje, war er etwa von Abizale? Ich kann sie. Ja. Ja. grüß gängern aus, an alle Abizale. Und dann der eine, aber pass, Lern, das ist immer noch besser. Das stimmt genau. So, 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 genau. Ja, ja. So, so. Genau. Ich bringe Ihnen ein paar Geschenke mit, gell? Das ist nett, danke. Sind Sie ein schlauer Mensch? Was hast du da drin gemacht, Mann? Hey, hey, hey. Hey, 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 hey. Jetzt haben wir aus dem Leben rausgeschossen. Du, meine Bücher, weisst du es genug. Jamie, eine Frage. Weisst du nicht, wenn wir da drin die Betten weggenommen? Nein. Weisst du, ich meine einfach alle... Hey, hör auf. Nein. Ich meine, weisst du, die Karte ist schon und oben die Bücher. Könnten wir doch noch einmal an einen gescheiteren Ort nehmen, wo wir dann direkt so einen Zauberort machen können. Dann nehmen Sie weg. So, und da wir demnächst mal wahrscheinlich am Ende ankommen werden. Frag ich dich, der jetzt zuschaut. Kommt Minecraft Noob 6 oder habt ihr keine Lust? Das ist wichtig für eine solche weil keiner von euch wird antworten. Also schreibt bitte einfach auf die Warte, 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 das wäre sehr nett. So, der Raum wird dann voll bei der Meeting. So, da kommt dann der Zaubertisch her. Yeah. Easy. Easy. Also, dann kommen wir jetzt zum Ende. Ja, wo bist du? Ich bin in meiner Hütte und lass doch einfach in den Brunnen springen zum Abschluss. Gott, da können wir nie wieder raus. Doch, irgendwie schon. Also, es hat mich gefreut mit den Aufgaben und das Video andere im Wasser sind. Also, warte, ich habe auch eine Sache gehabt dann. Guten Morgen, guten Mittag und altes Movi. Yeah.